Taqabbala Allahum inna wa minkum, Aydun Mubarak alayna wa alaykum. Taqabbala Allahum inna wa minkum, Aydun Mubarak. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Inschallah geht's dir und deiner Familie gut. Dein Gast ist aufgebrochen, dorthin, von wo er einst kam, Ramadan. Er kam zu dir ohne irgendetwas dabei zu haben. Das einzige aber, was er dabei hatte, waren Segen, Vergebung und Barmherzigkeit. Er verließ dich vollgepackt mit deinen Taten, die du ihm gewidmet hast, oder auch nicht. Wie hast du deinen Gast behandelt? Es gibt nur zwei Optionen. Erste Option, du strahlst und strotzt voller Iman und guter Taten. Masha'allah, alauma barik, tabarakallah. Zweite Option, du hast mit Mühe kaum was vollbracht. Alhamdulillah. Wenn du dich für Option 1 angesprochen fühlst, so mache weiter, vor allem jetzt. Lass keine Lücke für Iblis. Erwartet nur darauf, dass du dich für eine kurze Zeit entspannt zurücklehnst, damit er sich dir nähert, bis du wieder an dem Punkt ankommst, wo du es nicht merkst. Sei stets wachsam, Inschallah. Wenn du dich aber für Option 2 angesprochen fühlst, bist du zwar gestolpert und hast dir das Bein gebrochen, dein Bein umhüllt von Gips, wartet auf Heilung. Du bist der Meinung, dass du vieles verpasst hast, dein Iman war zu jener Zeit schwach, und ist es noch, kaum Koran gelesen, Allah gedacht, Spende gegeben, Bittgebete gesprochen, gebetet, in der Nacht aufgestanden, um was zu tun für Allah oder gar gefastet, aber dir ist trotz all dem bewusst geworden, wo du ansetzen musst, um an dir zu arbeiten, deine Seele mit Iman vollpumpen, ist jetzt am Programm. Wenn du im Ramadan wach geworden bist und Allah dir Einblick über deinen Iman Zustand gegeben hat, du aber davor der Meinung warst, das schaffe ich locker, aber das Gegenteil eintraf, so denke positiv, denn Allah war barmherzig zu dir, um dich richtig wach zu rütteln und dir zu zeigen, wo der Haken lag. Freue dich und sei dankbar bezüglich der Offenbarung deiner Seele, deines jetzigen Standes. Ein Beinbruch ist keine Krankheit. Wenn du zutiefst traurig bist darüber, dass du so wenig Taten gemacht hast oder kaum was gemacht hast, so verjage deine Trauer jetzt, das bringt dir überhaupt nichts. Steh auf und starte erneut. Bismillah. Solange deine Seele noch mit Luft versorgt wird, hast du nichts zu verlieren. Dann war es eben nicht ein Ramadan. Nächstes Mal wird besser, Inschallah. Aber damit du es nächstes Mal im Ramadan besser machst, darfst du nicht ruhen und solltest mit der Arbeit schnellstmöglichst beginnen, denn nur die Regelmäßigkeit siegt und wird dir beim nächsten Besuch des edlen Gastes Erfolg bringen. Inschallah. Kopf hoch, es ist kein Weltuntergang, das nicht alles gut verlief. Fange in kleinen Schritten an und steigere sie nach und nach. Dann aber bleibe konstant. Das ist wirklich sehr wichtig, dass du dann konstant bleibst, Inschallah. Und nicht aufhörst. So sähe deine Früchte jetzt, damit du nächstes Jahr ernten kannst, Inschallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Sommna أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام Sommna أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام يا ربي أعدها كل الأعوام تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا وعليكم عيد مبارك علينا وعليكم